Was ist die Zentralisierung der Wachstumsstrategie der Autohaus-Liebegruppe? Zentralisierung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie der Autohaus-Liebegruppe. Wir zentralisieren alle Dinge, die zu zentralisieren sind. Beginnend mit der Neuwagen-Disposition, beginnend weiterführend mit der Buchhaltung. Aber wir haben eben auch erkannt, dass sich im Gebrauchtwagen-Geschäft auch ganz viele Dinge zentralisieren lassen. Wir wollen unsere Vorkäufer administrativ entlasten. Sämtliche Fahrzeuge werden bei uns zentral in die Börsen eingestellt, werden erfasst, sämtliche Entzahlungnahme. Die ganze Administration des Gebrauchtwagen-Geschäftes läuft bei uns in der Gruppe mittlerweile zentral. Das ist ja theoretisch möglich. Früher haben wir den Kunden ja von Autohaus zu Autohaus geschickt. Eisleben stand das Fahrzeug. Entweder haben wir es ja geholt, alles ein großer Aufwand. Heute können wir ihn das visualisieren. Wir können ihm das Auto qualifiziert zeigen. Er hat dann trotzdem noch die Möglichkeit, sich es live anzugucken. Auch das wird Kunden geben, die das weiterhin tun werden. Aber trotzdem, die Möglichkeiten, die uns dieser Twinner bietet, sind wirklich vermoßen. Ich rechne fest damit, dass das ein weiterer Wachstumsschritt für unsere Gruppe ist. Denn ich glaube fest daran, dass sich Station und Online-Verkauf so prima ergänzen. Das machen uns ja andere Branchen vor. Und ich denke, ich freue mich, dass wir jetzt soweit sind und das anbieten können.